Wir haben jetzt genau 12 Uhr. Das heißt, wir haben 14 Stunden durch. Wir haben noch nicht mal die Hälfte erreicht. Ganzen Tag, ganze Nacht und morgen früh noch. Ich muss echt sagen, so Verspannungen, Kopfschmerzen sind schon ein bisschen am Start und es ist auch scheißkalt. Ich habe hier gar keine Decke richtig. Inszenier mal, wie du heute Nacht geschlafen hast. Also ich habe mein Arsch hier in diese Kuhle reingepresst. Dann hier so gegen diesen Baum gelehnt. Und dann hier einfach auf diesem Ast. Die Beine so gestreckt. Und ab und zu habe ich sie auch mal hier hochgelegt. Ah, dass mir wieder das Blut im Kopf läuft. Und das war meine Aussicht. Und genau, bei mir war das genau so. Ich habe mich genau hier so zwischen reingelegt. Also da, wo dieser urinfarbige Paracord ist. Und ich habe mich schon da einfach so reingelegt. War eigentlich ganz gut. War recht gut. Und wo es geregnet hat, da habe ich das hier dann so zugemacht. Also ein Müllsack, den habe ich hier zusammengeklebt. Also ich kann auch. Das hat funktioniert. Das hat richtig gut funktioniert sogar.